Vorsicht, hier kommen wandernde Wimpern. Ein mysteriöses haariges Wesen wühlt sich durch die britische Brandung. Nein, kein Fussel-Alien, es ist eine sogenannte Seemaus. Diese Schuppenwürmer werden bis zu 20 Zentimeter groß und fressen alles, vom Seeigel über Krebstiere bis zu anderen Würmern. Das Spektakuläre, die haarigen Borsten. Darin befinden sich winzige Röhren, die Licht reflektieren. Das Ergebnis ist ein buntes Schillern, mal Grün, mal Gold, welches mutmaßlich Raubtiere abschränkt. Die kleine Seemaus ist sozusagen ein wandelnder Photonenpanzer. Üblicherweise huschen die Würmer über den schlammigen Meeresboden in bis zu 1000 Meter Tiefe. Nach Stürmen kann man diese Wesen aber auch, wie hier, am Strand angespült finden.